Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video hier. Ähm, da ich jetzt gerade leider ein bisschen im Zeitdruck bin, habe ich meine Kopfidee ein bisschen eingeschaltet. Und zwar habe ich mir gelegt, ich habe mal einen Instagram-Brank gemacht, wo ich meine Community sozusagen gebrankt habe. Also meine Instagram-Community. Ja, also ich habe ihn so gelöscht, so alles rausgemacht und so. Und ich finde, das kam ihm gut bei euch an. Und da ich auch gesagt habe, dass ich ein bisschen öfter solche kleinen Aktivitäten auf Instagram machen werde, habe ich jetzt einfach mal geplant. Ich werde das Ganze jetzt machen, aber diesmal komplett anders. Und zwar werde ich ein Bild posten, wo ich sage, ich verkaufe mein Instagram-Account. Das heißt, ich tue so, als würde ich meinen Instagram-Account verkaufen. Und dann schreibe ich noch rein, wie viel würdet ihr mir bieten. Es kann möglicherweise sein, dass mir ein paar Leute entfolgen werden, aber ich werde das relativ schnell wieder auflösen. Aber huu, ich bin einfach mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. So, ihr seht hier mein Bildschirm von meinem Handy. So, ich werde jetzt einfach alles entfernen hier. Oh nein, nicht private Informationen, die dürfen ich nicht sehen. Alles weg mit dir. Braucht niemand. Weg, 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 weg. Weg. Die Link können wir auch direkt löschen. Braucht wirklich niemand. Und wir speichern das Ganze ab. So, jetzt steht da nur noch Niklas 13 Jahre. Die Bilder werde ich jetzt nicht löschen, das war ja ein bisschen fatal. So, ich werde jetzt ein Bild posten, einfach wieder so ein schwarzes Bild, wo ich sage, dass ich mein Instagram-Account verkaufen werde. Und dann frage ich die noch so, wie viel würde ich mir bieten. What the fuck? Perfekt, passt schon. Und wir schreiben jetzt einfach drunter, was ich eben gesagt habe. Ich verkaufe mein Instagram-Account, wie viel Geld bietet ihr mir? Auflösung 18.05. Ach du Scheiße, das heißt, derjenige, der mir am meisten Geld verdient, der bekommt mein Instagram-Account nicht. Ich werde mal gucken, wer das wirklich macht. Es ist hochgeladen. Ich verkaufe mein Instagram-Account, wie viel Geld bietet ihr mir? Oh, what the fuck? Ich habe das extra so kurz gemacht, 18.05, weil wir haben jetzt 18.02 und ich will das Video nicht in die Länge ziehen. So, wir warten jetzt einfach mal. Wir haben schon den ersten Kommentar. Drei... Nee, das tust du nicht. Oh doch, das tue ich. Bist du dumm? 10,50 Euro. 1,6. Alter, ich finde das so... Auf welche Idee muss man kommen? Also ich, wieso mache ich sowas eigentlich? Oh mein Gott. Das machst du nicht. Sehr viel. 5 Euro, warum 5 Euro, Mann? Locker dreht er gerade wieder ein Video. 500 Euro. 500 Euro. Oh. Ich glaube, ich überlege wirklich, ob ich mein Instagram-Account verkaufe. So, wir haben jetzt schon 75 Kommentare nach 2 Minuten. Du willst uns verarschen? Nein, will ich nicht. Und wenn würde ich 10.000... Oh, 10.000 Euro? 10.000? Ja. Okay, Videobrank. Nein. Ich gebe dir einen Cent. Einen Cent? Nee. Das war ein schlechter Brank. Das Witzige ist ja, ihr seid jetzt alle im Video. Also die, die hier gerade kommentieren, sind jetzt in meinem Video drin. Laber, aber mach es nicht wirklich. Oh, klar mache ich das. Hallo? Ähm. Nein. Gibt es... Kennt ihr Leute, die ihren Instagram-Account verkaufen würden? Nein. Ihr seid mir viel zu wertvoll. Ähm. 50 Euro. Ähm. Egal, dass du sonst ihn behalten, dann... Denn niemand kann dich ersetzen. Das ist süß. Ähm. Aber wenn es wahr ist... Nein, please nicht. Ist eh YouTube-Prank. Also save my prank. Wieso denkt jeder hat es einen Prank? Nur weil ich so oft schon geprankt habe. Man, ich dachte jetzt so, kommt bester Zeitpunkt. Aber nee, jeder weiß, dass ich pranke. Ich glaube, niemand vertraut mir. Ha, du machst wieder einen Prank für YouTube, darauf fallen wir nicht rein. Niklas, ich habe Pech. Okay, wir haben 18.05 Uhr. Ich kann das Bild jetzt mittlerweile... What the fucking banana? 160 Kommentare. Äh. Äh. Gibt es da noch irgendein... 100 Euro. Mit Fotos 500. Mit Fotos? Alles klar. Ich lösche das Bild jetzt. Und hier mit, Leute. Das war eines der komplett unnötigsten Videos auf YouTube. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es gab Leute, die es geglaubt haben. Es gab wirklich Leute, die es geglaubt haben. Und nimmt mir die Pranks nicht übel. Ich mache sowas auch manchmal öfters. Aber ich versuche, den nächsten Instagram-Prank nicht so auffällig zu gestalten. Ich werde das wirklich so gestalten, dass es niemand weiß. Dass es niemand weiß, dass ich sie branken werde. Übrigens, mein Instagram-Name ist hier gerade eingeblendet. Das heißt, falls ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Ansonsten, Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.